Isaac, was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf! Nein, 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 warten Sie es nicht! Warten Sie es nicht, dieses Schiff zu starten! Viel Erfolg! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme und Kommunikation. Hey, Sie werden gerettet. Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann dich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Was war da? Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac, berühr mich. Miss! Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Eine Falle. Das kommt mir nicht so ganz vertraut vor. Ich kann nicht. Ja, so war klar, dass ihr jetzt etwas... Scheiße, kein Wegpunkt. Ich weiß nicht, welche Vorsehungsmeldung es war. Aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitslocken. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, dass wir jeden Eingang abdecken. Das ist eine Unsere-Aussicht, Leute. Ich weiß nicht, dass wir uns nicht weit kommen. Geil. Das ist geil. Hey, Job. Du kannst was verkaufen. Du kannst was verkaufen. Du bist ein Immobilien. Ja, das ist ein Weiß-Bee. In Diamanten, genau zu sein. Wie ihr wollt denn verkaufen? Wie ihr verkaufen? Da ist er doch... Das verkaufen wir. So, Leute, Kapitel 13 sind wir. Wie es weitergeht, bekommt ihr in der nächsten Folge mit den... Es reicht für heute. Wir freuen uns, wenn wir wieder Dead Space spielen können. Denn beim nächsten Mal ist dieses Spiel abgeschlossen. Wir sehen uns bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Party von Dead Space 2. Und ja, heute geht es los in den... Wir wissen Kapitel 13, das heißt... Wir haben leider nicht mehr so viel. Und wir haben keine Aufgabe. Äh, hatten wir die schon beim letzten Mal noch schon nicht gehabt? Ja, doch, da hat noch was... Ja, genau. Ähm... Aber ich glaube, wir müssen trotzdem hier lang. Ja, wir gehen da jetzt noch nicht kurz hin. Wir gehen aber ganz kurz in den Job. Weil wir wissen nicht, bei wo wir Aufgaben haben. Wir wissen nicht, dass wir Alchemin mit Haar haben. Jetzt will ich das. Oh... Sehr viel hier. Aber... Lass uns mal den Waffe tauschen. Waffe tauschen? Ja. Was wird's denn? Aber... Was haben wir denn da? Laserkanone? L-Kanone? Suchegewehr? Flammenwerfer? 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 Die kommt so... Guck mal, ob das wirklich so... Es ist nicht so doof. 11.000... Was für einen Kredit haben. Gut, dann müssen wir allerdings erstmal eine Waffe verkaufen. Ja, sie fragen eigentlich schnell. Impulse oder... Wow! Die haben mich schon ein bisschen aufgerissen. Ich würde sagen, das ist Impulse gewährt. Verkaufen! Ja! Wenn die wirklich so doof ist, dann holen wir uns das Ding einfach wieder zu weg. Wir wollen einfach mal gucken, was das ist so gut, wer uns hier bringt. Ein bisschen Energie. Genau, zwei, drei, reichen. Ja, das reicht für zwei. So, schauen wir doch mal. Was bringt uns die Waffe denn? Ist das schon? Nein, das ist der Ripper. RIP! Da! Sieht ja fast raus, wie es eigentlich ist. Aber wir gucken, was diese Waffe so kann. Genau! So! Das sieht doch schon geil aus. Geistig geil. Sieht das wieder aus hier. So! Was erwarten wir uns noch gar nicht? Keine Ahnung, Leute! Wir wissen nur, dass wir in der letzten Folge... Geistig geil. Geistig geil. Du kannst nur gestört mit Freundschaften gebracht haben. Au! 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 Jetzt kann man zusammenbauen. Doch nicht. Hallo! 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 Schef! Au! 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 Ich bin ein Fisch! Ich bin ein Fisch! Oh, die! Oh! Finger, yes! Das ist... So! 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 Ich muss nur den Karneval-Club hier bringen! Du gingst aber böse ab wieder! Holy moly! So! Äh... Ripper! VENDS! Okay! Wir haben nur noch einen Ripper! Ähm... Was hat denn jetzt in Trauer? Was hat denn jetzt aus? Das ist Ruhrgeberg-Belicht! Sag mal! Man wills nur sterben! Au! Aber der schluss! HALT! 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 Was ist das? Jetzt kommen wir zu. Meinetwegen, das soll mir recht sein. Ah, okay. Hier sieht es viel zu schön aus. Ja, nicht zu sauber. Wow! Die Tür. Da. Feuer! Wow! Boah, du krankes Salami-Futzer. Was wollen die von mir? Geht mal weg. Geht mal Pizza backen oder so. Alter, du bist geil. Moly. Moly? Ja, aber sowas war. Ich habe das Gefühl, das kann mir helfen. Diesmal. Ich habe das Gefühl, das kann mir helfen. Diesmal. Geht mal weg, oder? Obwohl. Kacier! Es ist leer! Was ist das? Reißt ihn euch! Ja, aber noch was sagen. Ich muss jetzt mal ein bisschen chillen hier. Ja. Ich mach's mir jetzt hier gemütlich. Geht's mal speichern. Ja, jetzt müssen wir speichern. Oh, und wir sind immer noch Kapitel 13 wahrscheinlich. So sind wir schon Kapitel 14. Wir sind Kapitel 13 immer noch. Oh, jetzt hätte ich noch... Keine Reduktion. Ich muss jetzt noch was speichern. So. Ich kann wieder zurück. Gar nicht. Das ist ja ein Blutbad. Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. Was erwartet uns da? Zubbad. Nein! Uns erwartet alles. Aber... Ja. Bleib mal da. Ja. Ich hab's Gefühl, die geben alle noch da. Tun sie auch. Hä? Ja. Ja. Du hast Oh, das ist so ein halbeschluss! Oh! Ist das aber sonst noch gut oder wie? Wann mal! Warte mal jetzt scheiße! Sonst noch wer? Ich find Schuss drauf. Ja. Da war vieler voll. Wo da ist ein Lackes? Wo muss der Lacken? Ja. 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 Ja.